Ich heiße Önzal Arik und ich bin 37 Jahre alt. Man kann nie Menschen etwas raten, weil jeder muss seinen Weg selbst finden. Aber der größte Gegner, den man besiegen muss, ist immer sich selbst zu besiegen. Wenn sie das geschafft haben, dann können sie auch neue Wege und neue Ziele setzen. Besieg dich erst selbst. Es gibt keine Regel, wo ich sage, so funktioniert das. Den Weg muss jeder selber finden. .